hey das ist nicht allzu toll genau wenn die laden wenn die daten geladen werden okay so das schiff betreten da haben wir nichts was wir irgendwie stören können außer diese kisten dahinten und darunter will ich nicht danke leute ihr seid super warum seid ihr jetzt weg ich hätte euch gebraucht ihr seid wie so gott in der luft erwischt so haben wir doch mal ganz gut gemacht helga macht komische geräusche schockblasen ist das helga vielleicht muss man helga und aufwerten was war da die jackpot kiste vervielfacht für kurze zeit alle gewonnenen und erfahrungspunkte das hätte ich jetzt auch vorher machen müssen ach staubsi ruby ah ok ich kenne es nur ich kenne es nur von meiner kleinen schwester die haben auch mal wehen zu roboter gehabt der war so naja wir haben hier keinen bonus mehr warte mal ein platin bolt oder ich da hab hallo kleiner klein solche so schauen wir mal da können wir theoretisch rüber oder mhm nein so aber äh da war doch hier unten einer oder ähm ich bin mir grad nicht sicher hallo zurück dankeschön aber da oben bist du mein kleiner freck oh der hält sich fest boom so erledigt so auf klein solche reagieren also ich bin bestimmt nicht der erste der das gesagt hat oh dahinten ist ja noch ein oh da kommen noch mehr dahinten oh ich hab noch ein leben oh 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 that's not good ah das war es jetzt mit dem leben not not ich starte von da hinten das ist ja blöd okay ähm dann gehe ich die sache etwas anders an ja ähm wow der granatwerfer ist einfach umwerfend yay tschüss leute die ich bestimmt noch gebraucht hätte naja ich werde es überleben denke ich mal das wird schon gut gehen das wird schon gut gehen so dann nehmen wir den mal einfach umwerfend sag ich doch so dann schauen wir mal mit uns ein bisschen um ey da oben gestörst nervst ha hab ich dich auch erwischt wie gesagt also grad läuft es echt viel besser als davor ähm stimmt ratchet kann eigentlich schwimmen aber ist da unten etwas was ich mitnehmen kann das wäre jetzt eine gute frage oh ich hab wieder volles leben das ist super das ist echt gut denn mit vollem leben lässt sich es besser spielen oder eigentlich ja würde ich sagen so dann gehen wir mal weiter ich werden da oben bestimmt noch ein paar stellen sein die Tür geht nicht auf ist das überhaupt eine Tür egal ähm der platinpold werde ich wahrscheinlich hier schon eingesammelt haben laut Spiel oder ja hab ich gemacht dann schauen wir mal was wir noch so mitnehmen können Souvenirs ne da sollte ich wahrscheinlich nicht runter springen das kann ich nicht so machen irgendwie traue ich mich da nicht so recht rüber zu springen wenn ich ehrlich bin ich gehe mit den regul also ich würde mal sagen den regulären Weg etwas weiter also es sieht gut aus dass wir da auch oh sehr gut Leute oh Gott sehr gut sehr gut yeah oh no no böser du Max aua oh no gut gut bitte komm jetzt nicht noch einer das hätte mich jetzt aufgeregt aber gut ich habe noch ein Leben das ich einsammeln kann da habe ich wieder 14 das ist super mag ich ja ja wir haben noch viel Schockblaster Munition haben wir hier und ja laufen wir ein bisschen rum ja da hat er auch recht bei der einen Waffe habe ich wirklich wenig Munition so kommen Inferno power oah Dann halte die Kreistaste gedrückt, um den Schockblaster zu laden und damit einen noch kraftvolleren Angriff zu starten. Okay, gut. Insgesamt erscheine ich etwas wenig Munition zu haben. Da muss ich jetzt wirklich zustimmen. Das sollte ich definitiv mal ändern. Nitrowerfer-Munition. Jetzt habe ich zumindest wieder zwei, nehme ich mal an. So, 35 zu 3 zu 25. Saukanone, könnte ich mal ausprobieren. Oh, Kampfeinsätze, okay. Operation Eisenschild, Teil 1. Vertreibe die Tyrannoiden vom Anwesen und verteidige dieses dann gegen eine Reihe brutaler Angriffe. Okay. Probieren wir mal. Sichern wir das Gelände. Schauen wir mal, wie es ist. Und... Ja. Schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Du solltest das Seitwärtsausweichen-Manöver nutzen, um dein volles Kampfpotenzial auszuschöpeln. Oh. Halte zum Ausweichen während des Rennens. Sie kommen genau richtig, Sarge. Wir müssen den Präsidenten-Palast verteidigen. Nitrowerfer-Munition wieder. Yay. So, ich wollte ja... Oh, ja, ich kann sie einsaugen. Das ist cool. Es sind zu viele. Wir sind zu gut, wie du... Jetzt... Au. Ey, immerhin. Verschärkung. Ich brauche Verschärkung. So, das hier noch. Oh no, jetzt bin ich dran. Nein. Okay, probiere ich nochmal. So, jetzt aber. Ich dachte, es wird ein bisschen einfacher für mich. Aber gut, da habe ich mich dann überschätzt. So. So, da wollte ich ja hier die Saucanone. So. Das sind zu viele. Wir sind so gut wie tot. Du hast stark rum. Ich brauche ein paar stark rum. Gut. Komm, meine kleine Munition. Okay. Ähm. Ba-ba-ba-bam. Ach, das hat jetzt auch Munition. Saucanone. Hey, da war ich doch fast fertig, Freunde. Mission erfüllt. 3000 Bowls. Das ist super. Oh, das ist jetzt Teil 2 Luftangriff. Die Schutztruppe halten nicht mehr lange durch. Sie brauchen Hilfe. Und zwar schnell. Ich hatte so viele Schutztruppen wie möglich. Okay, gut. Probier ich mal. Mal schauen, wie es ist. Ähm. Wenn Sie den Schutztruppen decken, wenn wir Sie alle verlieren, ist es aus. Da kommt Klaas. Oh no. Meine Munition. Ihr habt meine Munition getötet. Sie sind überall. Gut. Gut. Warte mal. Okay. Oh. Okay. Oh, ich hab die Truppwerfer V2. So, ich musste dann doch mal Hand anlegen. Ich will nicht sterben. Nein, meine Munition tut das nicht. Ich gehe mal auf. Okay. So. Ähm. Maximale Nanotechnologie erreicht. Super. Ähm. Warte mal da drüben. Warte mal. Kann ich das jetzt auch so machen mit dem? So. Sie stürzen sich direkt auf uns. Gut. Wir haben uns gerettet. So. Das will ich ein bisschen zumindest kaputt machen. Gut. Dann haben wir Teil 3 noch. Gehe zum Plasma-Gefechtszum und knall den Tyro-Transporter ab. Das klingt doch irgendwie interessant. Wir müssen die gegnerischen Transporter ausschalten. Die Untertasen sind nicht so richtig. Feuer frei. Ähm. Achso. Äh. Nein. Ich kann nicht zielt. Ich kann nicht zielt. Äh. So. So. Jetzt hat er aber seit drum schon abgelegt. So. Ähm. Da ist jetzt ganz viel Geballer dabei. So ist er. Ah. Da ist ein Transporter. Ah. Nein. So. So. Ähm. Transporter. 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 Ist hier noch irgendein? Feine. Boah. Ich verdiene hier echt ganz viele Ball. Oh. Da ist einer. so. Ja. Da kommt der nächste. So. Da kommt der nächste. So. schauen Oh, okay die letzte Welle So Hey So, jetzt Okay, gut, gut, übernehmt ihr ruhig Die ballen mich eh gerade ab Aber es gibt noch Teil 4 Wie viele Teile gibt es davon, ey Oh, 32.000 Ne, 23.000 Meine Güte, ich kann schon gar nicht mehr zählen Aber ich Reiß 13.500 Ja, ne, ma Dann bleiben noch die zwei übrig Hey Gut, ähm, schauen wir mal Gib der Luftcrew Feuerschutz, bis sie Den Gefechtsum wieder einsatzbereit gemacht haben Okay Ja, ja, präpariert das Ding Oh, zwei Minuten Wir müssen das Geschütz wieder benutzen können Oh So Okay, mal schauen Gut, 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 gut Oh Gott, das wird nicht gut Das wird nicht gut Ich habe nur vier Leben Ich könnte mir eben mehr Munition gebrauchen gerade Ehrlich gesagt So So Weiter so Die Reparatur ist fast abgeschlossen Gut, Schockblaster Munition bekommen Leben bekommen So So zehn Sekunden noch Das werde ich überleben Ne, da habe ich null Da machen wir hier Feuerpeitsche Habe ich nicht mehr gebracht Hier ist mir das Saugkanone Die Reparatur abgeschlossen Jetzt schlagen wir die Tyrannos mit ihren eigenen Mitteln Uh, okay, gut Das, das läuft doch besser, als ich denke So, benutze den Bolt-Kurbeln, um die automatischen Gefechtstürme in der richtigen Reihenfolge zu aktivieren Okay Ähm Die Tyrannos haben einen Großangriff gestartet Unsere Flugabwehr wird dringend benötigt Deine Feinde erscheinen rot auf dem Radar Einen verbündeten Blau Missionsziele erscheinen in Ruhe Okay Okay Tue ich das richtig rum machen? Okay, anscheinend ja So, ähm, dann gehen wir mal hier rüber So So, schau ich halt Einfach mal, dass wir das hier machen können jetzt So, los Bitte Au Das wird ja echt heftig gerade hier Oh Gott Äh, kann ich nicht weg? So Weg da, Kleiner Ich hab zu tun gerade Meine Güte, ey So, dann machen wir mal weiter Äh, bitte, bitte, bitte Sei mal langsam fertig Ja So, ich muss wahrscheinlich noch zwei machen Und dann, ähm, bin ich fertig, oder? Nein Oh, guck Ey, cool, danke Danke für das, äh, das Lebens-Upgrade Das mir wieder mal volles Leben gewährt So, dann fehlt nur noch dieser eine hier, oder? So, weg da Ähm, ich hab grad zu tun Ich bin ein schwerbeschäftigter Lomboks Gott Agent Clank In Wirklichkeit bist du noch beeindruckender als in Holovision Und einen so kämpferischen Chauffeur wie dich gibt's nicht nochmal, Bursche Man kriegt also doch noch gute Angestellte, was, Clank? Sascha hat mir viel von euch erzählt Mach dir keine Hoffnung, Kleiner Sie ist in anderen Liga Hm, äh, Sascha hat mir auch von der Quark-Sache erzählt Der Mann hält sich für einen Affen? Er hat das Gedächtnis verloren, Sir Tja, dann müsst ihr's wiederfinden Wir brauchen unseren Helden zurück, pronto Ist das klar? Ja, Sir Meine Tochter sagt, du hättest geschickte Finger-Ratchet Sir, ich, ich schwöre, ich hab nicht... Der Laserschild der Stadt wurde beim Angriff zerstört Ohne ihn sind wir schutzlos Ich habe jemanden hingeschickt, doch er ist verschwunden Ihr müsst diesen Schild wieder zum Laufen bringen Jawohl, Sir, machen wir